Hallo, Sie sind auf dem Kanal Richtige Wahl. Heute bewerte ich die Samsung HWS 810B und HWS 811B Soundbars. Wenn Sie sich über den Preis informieren möchten, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung des Videos. Wenn Sie bereits etwas über dieses Modell wissen, dann teilen Sie gerne ein paar Infos in den Kommentaren, sodass Sie anderen helfen, die richtige Wahl zu treffen. Vergessen Sie auch nicht, ein Like und Abo dazulassen. Lasst uns mit dem Test beginnen! Ultraschlankes Design Die Soundbar überzeugt mit einem ultraschlanken, eleganten Design, welches ideal zu Wand montierten TVs passt und die Ästhetik ihres Heimkinos in keinster Weise beeinträchtigt. Q-Symphony Gnieße die Harmonie zwischen Samsung TV und Soundbar. Q-Symphony sorgt dafür, dass alle Lautsprecher des TVs und der Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt werden und den Sound gleichzeitig aus beiden Geräten wiedergeben. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne dass man die Fernsehlautsprecher stummstellen muss. Samsung Audio Lab Audio-Ingenieure haben im Samsung Audio Lab in Kalifornien fortschrittliche Akustik-Technologien getestet und optimiert, um dir einen ausgewogenen und raumfüllenden Sound liefern zu können. Das Audio Lab von Samsung Research America widmet sich der Entwicklung neuer Audio-Technologien, der Verbesserung der Klangqualität und ist zugleich führend in der Weiterentwicklung der Paradigmen des Audiomarktes. Integrierter Sprachassistent Steuere deine Musik, lass dich informieren und plane deinen Tag. Einfach mit deiner Stimme. Mit Alexa kannst du deine Soundbar steuern oder per Sprachsuche einfach Strophen deines Liedes singen, um einen Song zu finden. Egal in welcher Stimmung du bist, mit der Samsung Soundbar kannst du den passenden Song finden. Oder streame Musik von einem kompatiblen Mobilgerät. Adaptive Sound Dank Adaptive Sound wird der Sound auf deine Lieblingsinhalte angepasst. Die Samsung Soundbar analysiert die Tonspur und liefert automatisch Szene für Szene optimierten Sound. So kannst du Dialogen auch in leisen Szenen optimal folgen. Ebenso angepasst wird der Sound bei packenden Filmen, dynamischen Sportszenen und interessanten Nachrichten. Tap Sound Genieße mit Tap Sound deine Musik auf eine spielend leichte Art und Weise. Während du deinen Lieblingssong auf dem kompatiblen Smartphone abspielst, kannst du es einfach an die Soundbar halten und so den Song schnell übertragen, damit du ihn in eindrucksvoller Soundqualität über die Soundbar genießen kannst. Game Mode Pro Leistungsstarke nach oben strahlende Lautsprecher, Akustikbeam-Technologie und die starken Tieftöner der Soundbar bieten dir einen perfekt auf dein Gaming abgestimmten 3D-Sound. Spüre das Dröhnen eines Sportwagens und überhöre nie wieder einen Spieler, der sich an dich heranschleicht. Die Soundbar wechselt automatisch in den Spielmodus, wenn sie mit deinem TV verbunden ist. So musst du keine weiteren Einstellungen vornehmen und kannst dich komplett auf dein Spiel konzentrieren. SpaceFit Sound 2 Die SpaceFit Sound-Technologie in der Soundbar scannt täglich automatisch seine Umgebung, ganz unabhängig von deinem TV-Modell. Dabei erkennt die Soundbar die Form, Größe und sogar die Einrichtung deines Zimmers, um den Klang optimal auf deinen individuellen Raum zu kalibrieren und anzupassen. Kabelloser Surround Sound Verbinde deinen TV kabellos mit den separat erhältlichen Rücklautsprechern und erlebe Heimkino-Feeling pur. Die beiden hinteren Lautsprecher senden den Klang in mehrere Richtungen, nach oben und nach vorne. Sobald du deine Soundbar und die Rücklautsprecher miteinander verbindest, ertönt ein mehrdimensionaler Klang, in den du eintauchen kannst. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Kein wirklicher Surround Sound. Kein Display an der Soundbar. Die Anschlüsse liegen an unterschiedlichen Stellen. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Ton ist super. Schlankes und elegantes Design. Einfache Installation. Satte Bässe. Gute Klangverständlichkeit der Stimmen. Cue Symphony Funktion. Problemlose Verbindung mit TV und Subwoofer. Integrierte Alexa und Apple Airplay fähig. Das war mein Testbericht zur Samsung HWS 810B und HWS 811B Soundbar. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezension folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald!